So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Wir haben heute einiges zu tun, denn wir werden... Ach, diese Maus schon wieder. So. Hä? What? Hallo. Also mit der Maus im Menü verstehe ich nicht ganz. Also. Das ist doch... Hä? Ich kann die nicht bewegen. Jetzt hier. Gehe ich hier ins Menü? Wieder nett. Ich kann greife alles, aber ich kann sie nicht bewegen. Ich raff das nicht. Gut, wir haben da eine Mission des goldenen Pfades. Rechts haben wir gleich einen Funkturm. Den werden wir gleich mal machen. Wo ist er denn? Funkturm. Äh. Äh. Da. So, da drüben ist er. Und dann werden wir unseren Beutel entleeren. Kann ich vielleicht, wenn es hier nicht geht, kann ich hier mit dem Pfeiltasten vielleicht irgendwas machen? Nicht unbedingt. Also, warum ich hier... Ich wechsle nochmal den Tab. So, ich bin jetzt wieder raus. Jetzt geht's wieder. Verstehe ich nicht. Okay, wir werden nämlich folgendes machen. Den, äh, außen... Den Glockenturm machen wir jetzt. Dann den Außenposten. Und dann werden wir hier... Das machen wir zuerst. Erst hier. Dann gehen wir zum Außenposten. Hier, Schnellreise, Gedönse. Verstehst du? Lager. Und werden dann... Ui, ich höre Tiere. Und werden dann erstmal unseren, äh, Beutel entleeren. Mal gucken, ob ich dann vielleicht diese Aufnahme noch den vergrößere. Es folgt einer Ankündigung, das Ministerium zu eröffnen. Ha! Hu, hu, hu. Ha! Tiger! Komm nicht hier hoch, komm nicht hier hoch, komm nicht hier hoch. Das gibt's nicht. Oh, Glück gehabt. Boah, tot. Einem Schuss. Genau dieser Zeit verdanke ich den Ruf, den ich heute habe. Ja, ja, ich hab zahllose Unschuldige ermordet. Ja, ich hab die Religion verboten. Ja, ich hab die Währung reformiert und alle Sparnisse wertlos gemacht. Und ja, vielleicht habe ich zeitweise in Jagdbrot gebadet und einmal weiße Koks gespielt. Aber, jetzt bin ich geläutert. Sieh mich an. Ich bring das Land wieder auf die Beine. Ich bin in top form, AJ. Wer hat denn da überhaupt geredet? Ich glaube, das war, äh, Parkermin, gell? Ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Hat sich aber nach Parkermin angehört. Oder in der Ziegelfabrik an einer besseren Zukunft zu entwirken. Parkermin, weinweinige Hingaben am Schätzchen. Arbeiten sie hart hart. Und sollen wir uns nicht mehr arbeiten? Ich glaub, die Tiere da unten, die spielen langsam verrückt. Die wollen uns haben. Ich sag mal, wer, wer will mich nicht haben? Ich bin, ich bin lecker. Ähm, hallo? Ach ja, ducken. Da war was. Kann ich da jetzt nicht einfach hochhüppen? Ah. Äh. Hm. Wo ist dieser scheiß Lautsprecher schon wieder? Da. So. Das ist ein Gefangener. Außenposten. Grundschule. Und noch irgendwas. So. Ähm, Schnellreise. Nach. Auf, komm. Aufgedeckt. Los. Hm. Ah, schön. Ach, wir haben da einen Gleiter. Da können wir hier rüber gleiten. Obwohl, das werden wir nicht schaffen bis dahin. Oh, mal richtig hinsetzen. Ah. So. Schneid's draußen? Noch nicht. Naja, Aktivität. Weltkarte ansehen. Ne, erstmal. Ach ja. Aha. Aha. Gut. Verkaufen. Schnellverkauf. So. Rot und Fell. Violettes Blatt. Mom's Notiz. Die behalten wir nochmal. Könnte vielleicht von Vorteil sein. Ich würde aber jetzt gerne mal meinen, äh, Beutel. Hallo. Mach doch auf. Ähm. Meinen. Oh, wir haben wieder drei Fähigkeitenpunkte. Was haben wir denn hier? Berge versetzen. Schmg-Schütze können sie mit F bewegt werden. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir müssen auch mal hier mehr beim Elefant machen. Geschäftsabkommen, äh. Geschäftsabkommen. Du hast jetzt Springpfeile, Brandpfeile, Haft, äh, Spreng... Äh, okay. Machen wir mal. Dass wir mal langsam alles... Ach ja. Herstellung. Beuteltasche. Dreimal Schweinehaut. Die müssten wir ja schon fast hier finden, ha? Hallo, hallo. Ach ja, äh, falsche Richtung, gell? Ah, nee, doch nicht. Da vorne rechts. Da hinten, wo es raucht, da ist der. Höh. Höh. Echt jetzt? Ich bin hier gerade runtergesprungen, du Spast. So, ihr wollt ihn zurückerobern? Nicht mit mir. Wo sind sie denn? So. So. So, wo ist der Nächste? Da kommt, äh Oh Ey, ey, ey Oh, kastriert, hoppla Wie kommst du denn hier rein? Was ist ein Typ, der rennt hier einfach rein? Handy, äh, leuchtet Äh, was, äh Aha, 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 okay Moment, das muss ich kurz Ne, muss ich nicht Hat Zeit So Jetzt fahr ich aber mit Auto hin Ich hab gedacht, ich kann hinlaufen, aber, naja, gut Ich mag meine Handfeuerwaffe, die ist schon irgendwie ganz geil Ich hätte nur gern ein bisschen mehr Munition für die Mit Blümchen drin, ganz schön gemacht Well Schade Ich dachte, ich krieg ihn noch Aber gut, was soll's Außen, hosten, außen, hosten So, da drüben Brüder und Schwester, hier ist Oh, schau mal, Schweine Ne, Wildschweine Wo rauchelt's? Da hinten Da hinten ist es Da müssen wir hin Da räuchelt's Da wird gegrillt Barbecue Wird da gemacht Da hinten leuchtet's schon wieder so He, he, he Hey, Digga Komm her, mein Freund Ja, komm Padre He, he Ja, komm, Digga Komm her Frei bist du Ah, nicht ich So, das wär ja Richtig einfach jetzt, ne Kein Alarm Hatten die überhaupt einen? Ich weiß es nicht So Auspassen So, gleich mal hier Oh, Scheiße Oh, Scheiße Was Da noch Joa Bist ein Braver So Wo ist das Poster? Poster Ach, hier ist kein Poster Da ist was drin Meine Tochter Bitte Sie haben sie Ich brauche Hilfe Komm, noch Ach So, next Ist immer noch rot Ah, jetzt nicht mehr Gut Machen wir den hier Den aus dem Posten Als nächstes Aber von da oben aus Und ich würde sagen Dann machen wir auch gleich Die Festung von Nur, oder? Können wir auch noch machen So, da ist der Flughafen Und das Flugzeug Aber ich will nicht Unbedingt von dem Flugzeug Haben hier kein Auto Wo ist der Adler? Oh, Schwein Ach komm, machen wir die Mission Einfach Der hat ein Schwein geklaut Ach, er sitzt schon drin Der Gute Hey, Kollege Das war's Das ist total für'n Arsch Hast du deine Manieren vergessen? Amerikaner klopfen Wo ist das Original? Wie gesagt Je mehr Arbeit du mir abnimmst Desto mehr schwarze Balken Gehen in Ruhestand Na komm Ah Steig ein Ich gebe dir einen Vorgeschmack Sie ist als eine Anzahlung Okay Leggen sie los Als ich deinen Eid noch rekrutiert habe Tranken wir eine Flasche Scotch In der Spelunke in Tirta Er arbeitete noch für Pagan Min damals Mit einem Leuchten in den feuchten Augen Als Min den Thronerben von Kürat kalt stellte Hat die Kacke ganz schön gedampft Mein Freund Verzeih die Wortwahl Was? Nein, nein, nein Ich kann sie nicht mehr hören Keine Sorge Ist alles in dem Dokument Das ich dir nach dem Job geben werde Ich habe das Gefühl Der will uns ausbeuten Das ist wie bei Far Cry 3 Der Wer war das? Der Doktor Als deine Mutter Kürat verließ Brannte förmlich die Luft Wie ich gehört habe Steckt Yuma da mittendrin Du willst antworten? Alle Wege führen zu ihr Was wissen sie über sie? Sie ist Pagan Min Stellvertreter Kam zusammen mit ihm aus Hongkong Voll mit Riadenkontakten Atergo Du weißt was das heißt Atergo? Na sicher Kalt Wir holen uns eins von Yuma's Lagern Und den Kerl der es leitet Schalte ihn aus Dann wird Yuma uns sicher was vorsieht Okay Da kann ich los Dann wird doch Die Mannschaft Frau Toll Die Mannschaft Das ist doch nicht nur er, oder? Dafür kenn ich Far Cry schon zu lange. Jetzt. Ach wie geil das hier oben ist. Ich feier das so extrem. Das ist doch nicht. Willis, Jumas Stellvertreter ist erledigt. Bist du sicher, dass es der richtige war? Woher soll ich wissen, ob es der richtige war? Mach ein Foto von ihm und schicke es dir. Alter! Nichts für Ungut, Junge. Das ist nicht unser Mann. Der Kerl, den du suchst, übermacht Jumas archäologische Travung. Ich sag dir was. Leg doch einfach jeden in dieser Gegend, um der aussieht, als wäre er für was Wichtigeres als Klo putzen und Teller waschen zuständig. Nichts ist amerikanischer als alle zu töten und dort die Details klären zu lassen. Ruf an, wenn du fertig bist. Hau raus! Hast du Angst, Jumas? Nein, ich bin eigentlich noch hier. Schöne! 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 Wir sollen ne Paar! Verränder! Granate! Hau raus, wenn ich dir aufstu und stirb! Gut, wenn du nicht kommst, dann gehe ich weiter. So hell hier, ich fühle mich gerade wie zu Hause, bei uns sieht es genauso aus hier mit dem Schnee. Die Vögel werden nur deine Knochen übrig lassen, Bruder! Oh, komm! Sehr ruhig, aber ich glaube das kommt noch. Ich bin vielleicht nur noch ein weiterer Volk! Oh! 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 Hm! Bogen! Ich glaube ich gehe mal da rein! Oh! 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 Was? Hä, wo stand der? Och man, es hat so gut angefangen. Was? Ich habe mehr getötet als du. Eine der Leichen hatte einen Schlüssel dabei. Wir gehen die Orden aus. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. 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 Das ist eine Begründung. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. Hm. So. Schluss. Oh, Glück gehabt. Also ich meine, ähm... Ich meine, das war aus dem FF gezielt. Schon wieder 30 Minuten die Folge, das gibt's doch nicht. Hoffentlich ist das schnell erledigt. So. Oder wir machen folgendes, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, ob wir hier unseren Stellvertretenden von Pargamin finden. Ja, tut mir echt leid, dass ich jetzt abbrechen musste oder abgebrochen habe. Aber ich sag mal, sonst werden die Folgen ja viel zu lang und ich muss ja... Ich hab ja hier... ...au noch Privatsleben. Ich muss ja hier auch noch... ...ähm... ...was machen, ne? Aber ich muss sagen, diese Aufnahme von Far Cry ist wirklich... ...besser... ...als die letzten vier. Und, ey, es macht so Spaß heute. Ich hab gar keine Lust, äh, wieder aufzuhören. Aber ich muss bald. Ich muss... ...daselle ... ... ... ... ... Oh, oh, oh! Awesome.